Es ist immer ein besonderes Ereignis, wenn der Funke überspringt. In explosionsgefährdeten Bereichen aber kann ein Funke, ganz wörtlich genommen, zur Katastrophe führen. Denn es genügt oft ein erhitztes Bauteil oder ein einziger Funke, um eine verheerende Explosion auszulösen. Deshalb gelten hier strengste Anforderungen an die Produktsicherheit – weltweit. Stapler von Sichelschmidt werden von Grund auf für diese Anforderungen entwickelt und produziert. Als internationales Unternehmen mit deutschem Know-how und mehr als 90 Jahren Produktionserfahrung liefern wir Sicherheit in Serie. Unsere Kunden können aus einem breiten Standardprogramm von Flurförderzeugen auswählen, das vom Handgabelhubwagen über Schubmaststapler bis zum Gegengewichtsstapler reicht. Darüber hinaus realisieren wir auch anspruchsvolle Sonderlösungen, zum Beispiel exgeschützte Plattformwagen mit Funkfernsteuerung für die Offshore-Industrie. Seit vielen Jahren ist Sichelschmidt der führende Hersteller von exgeschützten Flurförderzeugen. Unsere Geräte sind überall dort erste Wahl, wo mit explosiven Gasen und Stäuben zu rechnen ist. Selbst in extremen Einsätzen, wie zum Beispiel im Offshore-Bereich, arbeiten Sichelschmidt-Flurförderzeuge zuverlässig und sicher. Die Baumusterprüfung nach europäischen und amerikanischen Ex-Schutzbestimmungen ist für Sichelschmidt-Stapler selbstverständlich. Ebenso die Fertigung nach höchsten Qualitätsmaßstäben in Deutschland und Österreich. Und für den perfekten Service übernimmt unser eigenes Händlernetz die Verantwortung. Weltweit. Ganz unabhängig vom Explosionsschutz sind unsere Flurförderzeuge auf hohe Leistung bei geringem Energieverbrauch ausgelegt. Dafür sorgt modernste elektronische Steuerungstechnik in Kombination mit unseren ASM-Drehstromantrieben. Sichelschmidt war übrigens ein Pionier bei der Einführung dieser wirtschaftlichen Antriebsart. Schon seit 1992 nutzen wir die Drehstromtechnik für die Fahr- und Hubantriebe unserer Stapler. Nicht nur, weil sie energiesparend und effizient ist, sondern auch, weil sie den Service erheblich vereinfacht. Denn unsere ASM-Antriebe kommen mit weniger Verschleißteilen aus. Dasselbe gilt für die serienmäßigen Lamellenbremsen. So werden die Wartungsanforderungen minimiert und sie sparen Kosten. Mit Sichelschmidt-Staplern gewinnen sie an Produktivität. Denn die ergonomische Bedienung der Sichelschmidt-Stapler schafft die Voraussetzung für sicheres, ermüdungsfreies Arbeiten. Auch im Dauereinsatz und bei kniffligen Aufgaben die Fahrerarbeiten konzentriert. Und das besondere Design unserer Stapler zeigt schon auf den ersten Blick, dass sie von Sichelschmidt immer innovative Lösungen erwarten können, die all ihren Ansprüchen gerecht werden. Ex-Stapler von Sichelschmidt sind weltweit im Einsatz. In der Chemieindustrie, in der Petrochemie und auf Ölbohrplattformen, in der Pharmatechnik und in der Lebensmittelproduktion, bei der Lackherstellung, in der Umwelttechnik und in der Automobilindustrie. Kurz überall dort, wo Sicherheit und Zuverlässigkeit an erster Stelle stehen. Sichelschmidt – Sicherheit in Serie.